Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mitnehmen, wie ich mit dem süßen Kalypso ausreite. Hier ist er, ich hab ihn auch schon geputzt und wir werden ihn jetzt erstmal satteln und trensen. So, ich hab die Decke jetzt schon abgemacht und da hinten ist auch schon der Sattel und die Trense. Als erstes den Sattel. So, ich hab ihm jetzt schon die Trense angezogen und den Sattel festgemacht und jetzt steig ich auf. Jetzt kann es auch schon losgehen. Auf der Strecke hier wollte ich heute ausreiten. So, ich werde jetzt auch schon wieder zum Hof reiten, weil es regnet auch. Ich bin jetzt schon beim Hof und ich werde jetzt den Kalypso erstmal putzen und dann sehen wir uns wieder. So, ich bring den Kalypso jetzt in seine Box. Komm. Super. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Tschüss.